Ja, Game 2 hier von SK Gaming und Astralis. Und wir haben weiterhin natürlich unsere Six-Way-Commentary, weil wir uns denken, was die LEC kann, können wir gleich dreifach. Ja, wir haben unser erstes Mirror-Match-Up, Karma gegen Karma. Interessantes Samurai-Spell-Wahl. Ace hatte schon ein paar Voranmerkungen zu Exhaust gemacht, um dass es rauskommen wird und wahrscheinlich nicht so geil ist. Wer weiß, vielleicht gibt es Exhaust hier das Game, Ace. Was sagst du? Ich glaub nicht. Ich glaub, es wird nicht alle einzigste Mal gejust, aber jemand kann mich ja typisch umani-technisch dagegen werden. Aber ich geh gerne 1 zu 20 ein, ne? Ich hab ja grad Geld verdient. Deine Quoten sehen ganz gut aus. Zum Glück auf jeden Fall. Das da bin ich mir recht sicher. Juli schon wieder mit dem aggressiveren Positioning hier. Genau. Juli weiß, was sie will. Haben die beide kaum mit? Nee, Juli hat Eri, ne? Ja, das ist der auch wieder Alpha. Ah, wieder der Alpha-Kist. Der Alpha-Kist so. Hat nur, so zur Info, sie hat Ultimate Hunter. Ah ja, interesting. Ja. Crazy. Guck ich so einen Teil bei Eurtonic. Okay. Interesting. Der Rest ist gleich. Ah ne, absolut nicht gegen Transcendence. Ja, Felix mag seine Pods. Das kann man schon sagen. Ich hab mein Geld wieder auf Felix, ne? Ja. Ja, jetzt die Mental Edge. Glaub ich dran. Die Skin Edge ist aber bei Juli. Ja, definitiv, ja. Schön mit der Wave mitlaufen, damit er nicht direkt die Mantra-Kuh die Fresse kriegt. Hat er verstanden. Digga, einfach mit... Oh, da durch? No! Ach, na! Einfach double und dann sieht Tod-Auto. Okay. Mantra-Kuh trifft. Digga, Alpha-Felix, let's go. Oh. Digga, die Edge ist vorne. Warum stehst du so weit hinten? Du hast HP Advantage. Respected. Respected Exhaust, Digga. My guess. Ja, genau, Digga. So will ich das sehen, man. Adi. Links positionieren und einfach die ganze Zeit rein. Ja, die, die für Juli sind, die müssen natürlich für Juli hypen, ist ja klar. Ja, ist ein harter Tag für Juli-Fans. Ja, ist, glaube ich. Oh, Digga, das hat sie gehört, Digga. Das hat sie gehört. Die low APM, das Schild ist zu schnell. Let's go, weiter geht's. Let's go, wo ist die Kuh? Jetzt, das wär's gewesen, Mann. Ehe den doch. Dieses Fels, die auf Minions fliegen, töten mich einfach komplett. Links positionieren und reinwerfen, Schatz. Und Mantra schön auf CD lassen. Selbst chillen, Mantra cool in ihr Gesicht. Ich bin das Pushing-Game, Mann. Keiner traut sich. Ein W-Skill, zweite Q-Skill, Schatz. Sei nicht, sei nicht Beta, Digga. Ja, schild dich selber. Komm, hol's da, Beta, der muss sich. Oh, genau. Okay, okay. Aber geschildet, Digga. APM ist da. Hat gelernt. Skoda gefunden, wenn sie sich rang geschildet hätte und dann W castet, um ihn zu überraschen. Felix weiß, wie's läuft. Zweite Q. Okay, okay. Oh, Juli, Mann. Das war halt eine Pushing-Wie spät. Boom, boom. Ignite einfach mal, Rainer. It's okay, man. It's okay. Alles. Barrier wurde auch gehalten hier von Felix. Alles gut. 80 Kunden, sich selber schildern und Mantra cool ins Gesicht, Digga. 5. Interessant, dass die nicht connectet werden. Timing, Alter. Aber zeig jetzt, was du kannst, Felix. Mantra cool. All mein. Digga, bei dem Skin sieht das bei Juli immer nach Mantra cool aus, eh? What the fuck? Alles gut. Ich will nur ein bisschen Mana Advantage durch Cookie, so ein bisschen weiter als Last-Skill-Usage. Love it. Oh, schöne Mantra cool. Nice. Oh, schön. Aha. Aber er hat den Sekundär-Damage geschehenet bekommen, also oder? Mal ein Quick-Onter-Feed. Ein Quick-Onter-Feed, ja, ja. Oh, schön, zwei Minuten rein. Excellent, super. Gut, Felix wird wahrscheinlich direkt rein-T-Feeden hier. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Feed. Da läuft einfach. Ah, er läuft. Er ist klug. Er läuft. Er ist klug, Junge. 50er ist Advantage. Macht das im Item-Build einen Unterschied? Wartet Juli auf den Zug, oder? Ja. Das Dorfkind. Oh, die, 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 die Edge, Digga. Zwei Potions, Edge. Und Cookies, Digga. Ganz wichtig. Er ist auf der dunklen Seite. Ah. Ich kriege Edge, ist das tatsächlich. Vier Potions ist rough. Das sind viermal HP. Ja, zweimal 150, zweimal 100, ja. Quick Math. Das sind auch Percentage, oder nicht? Äh, actually Missing Health, ja. Keine Ahnung. Ja, ganz geduldig, Mann. Jetzt sieht's aus. Felix, der bessere mechanische Spieler. Mal sehen. Das erste Over, wenn die Fette sinkt, ne? Weißt du. True. Mantra, go in the Wave. Weißt du Bescheid. Es ist Beta. Es ist leider Beta. Aber ich bin eher so ein Gamma-Mensch, muss ich sagen. Versteh. Okay. Es ist... Es ist einfach... Es entwickelt sich zu dem Snoozer, den ich schon von vornherein erwartet hab, bei einem Mirror Matchup bei Karma. Ach, auch Mantra-Q? Oh, jeez. Haben die das beide schon aufgegeben, dass hier nichts mehr gekillt wird? Oh, Mann. Keine Balls, Mann. Ein Felix, zeig. Oh. Oh. Gut Job. Das fand ich schön von Juli. Ja. Felix Solo ab, um zu dodgen, wie sie es predicted hat. Oh, da hat er. Hat Felix. Hat das schön Komet geschädet hier, ne? Reactions. I see. APM ist am Start. Für den einzelnen Fähigkeiten nicht, aber für den Kommentern schon. Versteh schon. Ja, ja, ja. Okay, ja. Levin ist advantage. Oh, steig doch on it. Bleib drauf, Mann. You just win it. Ich bin so froh, dass hier so viele Leute gerade haben, die kommentieren, weil ich hätte solche Probleme gerade alleine. Ich hätte so... Ich hätte so Probleme. Ich wäre ja hart am schwimmen, Dinge. Einfach nur overhype. Oh, und der Auto-Attack auf dem Minion sitzt. Ja. Nice. Ja, ja. In dem Fall nicht. Aua. Ich finde es ultra schade, gerade, was hier passiert. Ja, jetzt ist das Opening getraudig. Ja, andere Kuh. Oh. 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 Oh, Digga. Absolut. Das ist ein guter Trade, aber es ist traurig, dass es, glaube ich, keinen Unterschied machen wird. Guck dir an, wie viel ich es... Aaaaaah. Ich finde es ist ein Opening. Geh mal in der Kippe hoch. Geh dich doch an. Hä? Schill dich doch jetzt ran, du Bitch. Digga, wie beta ist das? Ja, genau. Der Venya war wichtig, Digga. Oh, maa, Digga. Alles super. Mantra, 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 Ku. Ja, du bist Alpha, Digga. Also genau so macht man das, Mann. On CD. Love it. Watch it. Oh, ganz low AP. Hat es aber geschädelt, right? Ja, aber nicht mehr mit dem Speed up gedodged. Hm. Okay. Ei, 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 ei. Schönes Exhaust. Genau. Wie du sie plays wie die Fädel, Digga. Digga, auch die Baderway. Der Lane steht jetzt, Digga. Er kann backgehen. Ah, und die Fähne, Digga. 55. Ach, Mann. 55 zu 38, Oh, Mann. Das ist okay. Das ist gut. Bei der... Bei der... Das bringt Partnergeld. Der Lone-Shark-Andre kriegt seine Schulden zurück. Alles gut. Ja, wenigstens ein Exhaust wurde geused. Also da kriege ich 20 Euro. Ja. Lecker. Fällt noch nicht, ist die Frage. Alles gut. Im Rückmatch, im Rückmatch kriegen wir... Kriegt sie ihn. Im Rückmatch ist sie einfach nicht bleiben, Digga. Ich rede schon von dir, weil ich mich so mit Judy identifiziere. Äh, äh. Oh, Mann. Felix, mach doch mal ein bisschen Feuer da jetzt, Digga. Please. Das kannst du nicht so schwer ziehen. Erstens, kannst du das noch verkacken vielleicht. Ach, Digga, das ist so schwer da jetzt mit K. Der Abstand ist doch schon 25 oder so ein Quatsch. Also wenn er muss, Judy, das... Aber sie spielt ja auch mit Exhaust Ignite, also muss sie schon forcieren. Yes. Mmh. Ach, die Seiten sind schon ein bisschen brutal, ne? Jetzt 40 zu 70. 60 Alternator, Mann. Mikro Gaps, Digga. Einfach Mantra-Q wieder ab. Ja, super geschildert, Digga. Und Mantra-Q. Bist doch in Reign, Schatz. Einfach mal schmeiß... Oh, du bist doch in Reign. So eine Hemmung, Digga. Schmeiß das doch. Oh, zwei Level Gaps, zwei Level Gaps, Digga. Jetzt musst du forcieren. Mach noch extra eine Einladung vom Postmann, ne? Ist das... Was ist das hier für ein Quatsch? Das muss er C-Vogger spielen. Jetzt einmal Boom, Half-Life, genau. Oh, Mann. Vielleicht passiert hier doch noch ein Kill, Digga. Nicht mal schildern, Digga. Let's go. Weiter geht's. Weiter geht's, Digga. Genau. Jetzt sind die Lippen. Genau richtig. Jetzt will er, jetzt will er. Genau, genau so willst du es machen. Und Panisch warten und schön... Ja, dodge it, dodge it. Oh, perfekt. Und jetzt wieder rein, Digga. Ja, sie ist tot, Digga. Oh, Mann. Du rennst ein Swansra-Kuh ins Gesicht. Oh, lecker. Leckerer Damage. Shit. Shit. Oh, mein. Ja, ne? Looking like a rough one for Yuli hier. Einfach submissive. Einfach submissive. Submissive. Das schöne Oblivion Orb jetzt von Yuli hier. Ah, klar. Okay, awkward. Ah, klar. Ehh. Wannsra-W-Countern. Nice. Ja, der Alltag von ihm ist natürlich super bad. 500 Mal Traku. Ich meine, das erste Game, weißt du, das war Kiel gegen Bayern, nur dass Bayern dann doch gewonnen hat, ne? Und das hier ist jetzt einfach... Bayern gegen Kiel, wie es sonst läuft. ...wenn du 100 Matches erfahren würdest. Bayern 1 gegen Bayern 2 ist es. Also einfach... ...soweit... ...damit. Ja, ja. Bisschen... Ach, Digger. Ich bin enttäuscht. Erstes Mirror Matchup und es ist einfach... ...Snooze Bananza. Ich find's great. Ja. Ja. Uff. 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 Ruff, ruff. Let's go. Let's go. Oh, ja, ja. Ja. Dominate. Dominate. Ja. Ja. Hol die Peitsche raus. Sei die Domina. Ja. Ja. Oblivion und Orb Edge ist das... Uff. 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 Ja. So, ja. Wie ist das? Farben-technisch 90. Er braucht noch 10 Firmen. Ah. Zwei Waves, Digger. Zwei Waves. Zwei Waves, Digger. Absolut. Hammer, man. In der Zeit, wo die Mantra nicht usen, kann ich fünfmal Mantra noch in die Wave schmeißen. They just agree. We don't cast it. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war schon wieder, wenn man drei Kuh zu viel erleben geht. Das ist das Ende, Mann. Beide Kamen stellen sich gegenüber. Beide Haut sind nirgendwo. Ist es das? Äh. Ist ja nicht sofort, wenn sie den Q-Spitz an der Ebene nehmen, das sofort reingeht, ne? Ja. Ich lasse dir mal, was er meint. Richtig. Ja, genau. Oh. Alles gut. Felix, du hast in fünf Sekunden ab, Digger. Fünf Sekunden. Er braucht noch sechs Farben, Digger. Oh, ja. Ah. Miss den Cannon. Den Video kriegt er. Oh. Der Hunde ist auf den Spot. Aber er hat noch nicht genug Videos. Er braucht noch ein Video. Er braucht zwei noch. Da lässt sich wahrscheinlich nichts verändern. Er lässt sich aus Fernsehen im Tower executen. Äh? 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 Oh, 99. What? 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 Äh? 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 Wir lernen daraus mehrere Matchups, was Karma angeht, sind brutal langweilig. Aber, GG Felix. 2 zu 0. Hat das gehypte Matchup für sich entschieden. Ist nicht tätet. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Vielen Dank.